BAM! Mit Laben. Was ist denn dieser Fälle? Weil du es jetzt am LKW oben gehabt hast, oder? Ja, im LKW. Versteh ich nicht. Was machen wir falsch? Ich weiß nicht, aber bei mir ist es gekommen. Was hast du für einen Aufsatz hinten? Eine Pritsche? Eine Flache, oder? Ja, Pritsche. Eine Flache? Nein, nein, nicht Pritsche, sondern, ähm... So, weißt du, mit so einem Rand. Also eh so wie ich. Hm. Hm. Ich komme gleich wieder, diese bei der Linie schlafen. Einmal nicht. Hm. towir. Und zwar ob das. Ja. Der, du warst. Er istître. Da ist nach. Er ist kein Partner. Er ist nicht mehr, oder? Es ist ein Partner. Er ist nicht mehr, oder? So, noch Dankanhänger. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wenn wir hier in seiner Stadt wohnen, dann habe ich keine Steuern. Gut, es schaut wohl danach aus, dass ich immer die ganzen Stall-Lieferungen mache, ne? Ich würde das halt gerne auch noch einmal probieren, dann auf meinen Anhänger. Dann nimmst du den Anhänger dann wieder mit? Natürlich. Natürlich. Aber du kannst auch gerne einmal aufladen, Stahlträger, weil wenn es bei mir nicht funktioniert, dann hast du es gleich. Kann man nicht den noch zweimal Stahlträger liefern? Und wir haben noch öfters. Das ist ja, dass du da nicht mitkommst. Ich meine, damit ich es gleich verwenden kann. Ja, mehr haben wir. Das ist ja. Okay, passt. Aber wenn es bei mir nicht funktioniert, dann stehe ich wieder da ohne. Bis der Deportiersatzer, den muss man dann vom Lager ausholen. Ja, das kann ich dann machen, aber... Es wäre interessant, ob ich mit dem Truck gutkomme. Für den Roll muss ich sowieso hingehen. Ja gut, kann ich auch dir lassen. Nein, klar. Ich mache immer in Stahl. Das ist kein Problem. Ich mache immer in Stahl. Ich muss doch gehen mit Stahl. Ich mache mich. Ich bin zu schnell dran. Jetzt habe ich ohne Absicht in der Zeitmission vorhin angenommen. Ich renne jetzt die ganze Zeit. Gut, dass du Zeit hast bei der Zeitmission. Ich weiß gar nicht, wo man Verbrauchsgüter herkriegt. Sind die nicht bei der Farm sogar? Ich glaube schon, ja. Ist das nicht da am Zekt? Ah stimmt, ich habe hier das ausgebildet. Oh ja, dann kriege ich das bei der Farm. Ich dachte, ich habe das mit dem Stall ausgebildet. Gut, wenn ich dann eh bei der Farm auch schon bin. Könnte ich natürlich das auch fertig machen. Ich habe zwar schon uf. Minuten verschissen. Ich müsste mal anschauen, wo der Bohrplatz ist, weil ich fahre jetzt nicht durch die halbe Welt. Schichte. Der Bohrplatz ist auf der Insel dort, glaube ich. Auf der Insel. Ja, oh ja, jetzt hat es funktioniert bei mir. Okay, also was soll ich jetzt machen? Soll ich den Auftrag jetzt da fertig machen oder Stahl holen? Ja, hol das Stahl, nimm es gleich. Und wenn du eh vorbeifahren musst, dann... Ja, aber dann kann ich den... Achso, wo fahre ich dort vorbei? Ja, der Stauberplatz liegt ja gleich auch dort auf der Straße. Aha, aber ich komme nicht über die Holzbrücke. Zur Strommasten hast du gesagt. Bohrplatz? Nein. So. Ja, zum Bohrplatz muss die... Rückgriffe jetzt erst machen. Müssen nicht, aber... Was müssen wir jetzt so... Müssen... Prax für die Eilheimersche... Die 5. Insel... Fälsch. Ah, da hat gefallene Strommast, das meinst du? Ja. Stahlbetonflieger... Betonblöcke. So... Jetzt geht's los, Brudas. Aber jetzt geht's wirklich los. Genau, und dann fahre ich weiter und hole mir das. Und den Anhänger platziere ich dann halt irgendein guter Well. Den Anhänger kannst du dort lassen. Beim Strommasten? Dort, wo du bist, in der Stadt. Achso. Der Anhängerstelle ist ganz oben. Und fahren wir dann verkaufen, wenn der Fälschflutz weg ist. Das sieht man, wie er ihm wieder zuhört. Aber ja, hat er gesagt. Jetzt sind wir wieder im Rennen. Jetzt sind wir voll ganz im Rennen. Jetzt schauen wir mal. Gebirgsbrücke. Hast du den Strommaster ausgewählt gerade als Mission? Ja. Was brauchen wir da dann noch? Zwei für Tornblöcke. 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 Bis zum Schluss. So, was hast du? Wir brauchen die Betonblöcke. Zwei Stück. Ich weiß jetzt nicht, wie gross die Betonblöcke sind. Sind Betonblöcke eins oder zwei? Das wissen wir nicht. Das ist die Frage. Was machen wir da, zur Sicherheit? Den Anhänger müssen wir. Genau. Sollten wir feststellen, dass wir nicht brauchen. Schauen wir mal, ob wir etwas anderes aufladen können. Wir brauchen noch mehr ab. Wir brauchen noch alles, was wir brauchen. Wir brauchen noch zu Eindring. Wir brauchen noch mehr ab. Ja. Wenn wir noch so ... Nein. Masse. Bittemann. Wo ist denn das? Was denn? Nein, das mit der Brücke. Welche Brücke? Wo ich die Stahlbetone trüge vor. Nicht zur Brücke, zum Masten. Achso nein, plötzlich. Nicht das, die Ersatzteile. Ja, das wird jetzt nicht mehr. Das ist doch nichts gut gewesen. Die Brücke. Das Lagerhaus. Was verbraucht dann an Sprit? Nicht so viel eigentlich. Zahle so pro Minute? Muss ich dann schauen. Das passt doch nicht, oder was? Bitte? Allein in der Fahrt gar nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich suche die ganze Zeit die scheiß Mission wieder zum Ausbilden. Wo ist die? 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 Dann musst du die Mission? Genau, die ist super. Die ist bei der Mission drin. So. Also hier bedrohen ist auch nur eins. Das heißt, ihr könnt was mitnehmen sogar von oben. Oh man. Da ist irgendwo noch irgendwas. Da ist. Und da sagt man, ich soll Ersatzteile holen, aber das sagt man nicht von wo. Brauchst du nur draufdrücken auf die Ersatzteile. Brauchst du nur draufdrücken auf die Ersatzteile. Wie meinst du das wo draufdrücken? Auf die Ersatzteile. Wenn du das draufdrückst, dann zeigt es dir von wo. Aber wo tue ich das draufdrücken? Auf die Ersatzteile. Ja wo? Ja, auf der Mission steht was du brauchst. Und da steht Ersatzteile und da drückst du auf die Ersatzteile drauf. Alles verlernt. Ah, ok. Danke, jetzt habe ich es. Ah, das ist dort wo du bist gerade. Ja. Ich könnte es dir eigentlich mitnehmen, wenn es zwei sind. Weil ich habe zwei Fragen am Anhänger, zwei Plätze. Ich sehe jetzt sonst nichts, wo ich sonst was mitnehmen könnte. Eines reicht. Okay, dann könntest du das gleich machen, dann könnte ich... Außer du findest ihn... Weil ich weiß halt nicht, was man bei der Straßensperre und der Holzbrücke braucht, weil die hat... Die hast ja nicht angenommen. Zumindest die Straßensperre. Deswegen... Ich weiß nicht, was man da braucht. Bei der Gebirgsbrücke meinst du. Bei der Gebirgsbrücke weiß ich, die habe ich ja angenommen, die Mission. Ja und dahinter die meinst du. Ja, die Straßensperre. Das war ich ja nicht. Das hier bist du da vorbei gefahren. Das Wachtturm ist gleich rechts daneben. Ja, soweit bin ich ja nicht mehr geschahmt worden. Ja, weil dann hättest du das Stück zurückfahren können. Das ist soweit bist du nicht gefahren. Du warst bei dem Wachtturm genau daneben. Gut, weißt du was? Ich mach mal die Gebirgsbrücke, weil dann kann man dann... Ich mach die Gebirgsbrücke grad. Achso. Ich sag ja, ich nehm gleich die Gebirgsbrücke mit. Den Strommast habe ich jetzt mit. Und einen Felssturz. Wow. Achso, nein, warte mal. Jetzt erkenne ich den Fehler grad. Man braucht für Gebirgsbrücke Dings und für Strommasten Betonblöcke. Okay, na dann habe ich mich verschaut, dann brauche ich viermal Betonblöcke. Okay, das heißt ich komm. Sorry. Zur Gebirgsbrücke... Dann nehm ich die Betonblöcke mit. Ich hab die Betonblöcke. Du hast doch grad gesagt, du brauchst welche. Sag ja, ich hab vier. Jetzt. Ich hab den Anhänger mit. Okay, was konntest du jetzt nicht mitnehmen? Ich hab nur Betonblöcke. Okay, danke. Das heißt, ich brauch vom Felssturz die Ersatzteile. Ich brauch nur einmal Stahlträger dann noch. Die hole ich dann. Dann lass ich den Anhänger dabei stehen. Und lass uns wohnen und dann bleiben. Ich hab den Anhänger mitgenommen. Börtchen. Manchmal ist die Verriechung verblitzt. Anhänger werde ich machen als nächstes kaufen wahrscheinlich. Kannst du gern kaufen? Dann bin ich am Fingplatz. Unmöglich zu kaufen. Der eine steht ja eh noch oben. Den, was du nicht mitgenommen hast zum Beispiel. Dann brauchst du den nimm den dann. Wo die Stahlbetonträger jetzt oben sind. Ja. Also, meiner Verbrauch. 3,1. Achso, das ist der Retourgang. Warte. Schauen wir dann gleich. Normalerweise zwischen 9 und 10 im Gelände. Also zwischen 9 und 11 sagen wir so. Warte. 10,5. 11,6.